In vielen Städten und Orten des Kreises Heinsberg ist das Verkehrsaufkommen insbesondere auf den Durchgangsstraßen besonders hoch. Umgehungsstraßen sollen den Anwohnern die dringend notwendigen Entlastungen bringen, das Unfallrisiko minimieren und die Staugefahr verringern. Im Grenzlandhof an der Herrlener Straße im Übach-Palenberger Ortsteil Scherpenseel wird die seit über 40 Jahren geforderte Umgehung für den Ort heiß diskutiert. Wir haben uns heute Abend hier zusammengefunden, um die Wichtigkeit zu unterstreichen, dass die Scherpenseeler, die mit 1000 Personen ungefähr in der Herrlener Straße wohnen, dringend eine Umgehungsstraße brauchen. Alle anderen Gründe müssen wir im Moment mal hinten anstellen lassen. Die Menschen stehen für mich an erster Stelle. Zur Zeit befahren täglich rund 12.000 bis 15.000 Fahrzeuge die Scherpenseeler Straßen. Nach Fertigstellung des Beutenrings auf niederländischer Seite werden es wohl rund 20.000 Fahrzeuge sein. Eine Ortsumgehung könnte das ändern, ist aber nicht unumstritten. Meine Sorge ist natürlich, nicht meine Sorge, aber die von unserer Bevölkerung ist, dass durch diesen großen Eingriff, also diese Anbindung an Gebäutering und die Umgehung Scherpenseel, dass egal wie es kommt, große Veränderungen für unser Dorf stattfinden werden. Viele Fragen, Ängste und Nöte plagen die Teilnehmer der durch den CDU-Ortsverband einberufenen Anwohnerversammlung. Insbesondere die als Vorschlag eingebrachte Streckenführung der Umgehungsstraße. Dabei wird die gute Nachricht, dass die Umgehung nun endlich in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen wurde. Fast zur Nebensache. Wir haben ja bis jetzt eine gute Möglichkeit, immer in die Tewanerheide reinzukommen. Wie ist es denn jetzt gegeben, wenn die Straße kommt? Wie viele Unterführungen, Überführungen gibt es denn dann? Es ist schon mal überlegt worden, wie Siebenburg-Stadt und Windhausen dadurch belastet wird. Das ist jetzt schon sehr eng, wenn ich das so sehe. Bürgermeister Wolfgang Jungnitsch kann viele Fragen beantworten, Missverständnisse ausräumen und gewisse Ängste nehmen. Dennoch liegt es in der Natur der Sache, dass die unterschiedlichsten Interessen vertreten werden und es auch zu klaren Ablehnungen kommt. Ich bin also gegen die Umgehungsstraße, weil da geht jede Menge Land verloren. Die Stadt über Palenberg, Körfze, Besuch, jede Menge Flächen hier im Stadtgebiet. Und eigentlich sind ja hier bei uns Existenzen gefährdet. Letztendlich sind hier noch vier, fünf Betriebe, die von der Landwirtschaft leben müssen, was mit dem Fall dann erledigt ist. Also unsere größte Sorge in der Sache mit der Umgehungsstraße um Scherpensell ist die Zertrennung von Lebensräumen für Niederwildarten, die wir hier noch haben. Die Verbindung zur Tewanerheide wird dadurch unterbrochen. Es kommen kaum Übergänge für die Tiere. Die Lebensräume werden zerstört und wir werden dadurch einen drastischen Rückgang an Niederwildarten in die Bach-Palenberg erleben. Bei aller Kritik ist den meisten jedoch klar, dass es eine Entlastung für Scherpensell geben muss und eine Umgehungsstraße unumgänglich ist. Wir sehen die Notwendigkeit der Entlastung von Scherpensell ein. Da stehen wir auch zu, aber wir sind gleichzeitig in Sorge, was mit unserer Natur ist, mit unserem Dorf, mit den Landwirten. Und deswegen versuchen wir auch zu vermitteln, dass man uns ernst nimmt. Und da ist so ein bisschen, wo wir uns eigentlich manchmal nicht mitgenommen fühlen für so einen großen Eingriff. Die Politik tut gut daran, alle Betroffenen mit ins Boot zu nehmen, über die Sachstände aufzuklären und zeitnah zu informieren, auf dem noch langen Weg zur geplanten Ortsumgehung. Ich bin froh, dass wir heute diese umfangreiche Versammlung hatten, wo wir darlegen konnten, dass es noch ein sehr weiter Weg ist, bis wir diese Straße realisieren. Ich bin aber froh, dass viele Unklarheiten geklärt werden konnten, sodass wir guter Dinge weitermachen werden können.